Der Standort der Bühler Küchen AG befindet sich in der Stadt Bern und ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wie auch mit dem Fahrzeug bestens erreichbar. Am Galgenfeldweg 3 liegt unsere Schreinerei, in der seit über 60 Jahren mit viel Liebe zum Detail produziert wird. Nebenan befindet sich die Administration und der Verkauf mit einer großzügigen Ausstellung. Lassen Sie sich in unserer Ausstellung inspirieren. Welche Art Küche darf es sein? Dank Eigenproduktion sind uns bezüglich Formen, Farben und Materialien keine Grenzen gesetzt. Wir realisieren alle Ihre Vorstellungen im technisch möglichen Bereich. Ganz nach unserem Leitsatz, so individuell wie Ihr Lebensstil. Das Planungsbüro ist in unserer Ausstellung integriert. Hier werden Ihre Wünsche für eine neue Küche, für Badzimmermöbel, für Schreinerarbeiten, für einen Apparateaustausch oder für eine Reparatur zu Papier gebracht. Ein motiviertes Team zusammen mit einem aktuellen Planungssystem sowie die ISO 9001-2000-Zertifizierung garantieren höchste Qualität in der Umsetzung Ihrer geäußerten Wünsche. Bei uns werden Ihre Träume wahr. Unsere gelernten Möbelschreiner stellen nach Maß Ihre Küche, Ihre Badzimmermöbel oder andere Schreinerarbeiten her. Die von Ihnen ausgewählten Materialien wie zum Beispiel Holz, Korean, Kunstharz oder MDF werden hier mit größter Sorgfalt verarbeitet. Das Führungsduo Alain und Michel Bühler bilden die dritte Generation im Familienbetrieb und schätzen die Planungsfreiheiten, die eine eigene Werkstatt gewährt. Unser Angebot umfasst neu auch Schränke, Ankleiden, Garderoben und Büchergestelle aus dem Hause Misura Emme. Eine weitere Möglichkeit, Ihnen ein großes Angebot auch außerhalb der Küche zu bieten. Der sympathische Familienbetrieb aus Norditalien liefert uns höchste Qualität im bestechendem Design. Überzeugen Sie sich selbst. Die Familie Bühler und Crew, seit 60 Jahren stets am Puls der Zeit und so individuell wie Ihr Lebensstil, freuen sich, Sie bald am Galgenfeldweg 5 in Bern zu begrüßen. Oder ist das where you think? Bühler und Crews